Ja, willkommen zurück zur Netflix Live Show. Prost zusammen. Ich hoffe, ihr habt die Pause genossen. So. Also, probieren wir es nochmal neu. Mit Timmy. Timmy! Ne, das war zu weit. Ich glaube, da muss man schon so ein bisschen Timing mitbringen wieder. Ja, das... Nein, das wird nichts. Das sehe ich jetzt schon. Das wird nichts. Das wird auch nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Scheiße, fuck. So sieht es aus, ob die nächste Area wieder irgendwas mit Magnet ist, weil die Lampe so komisch hängt. Juhu. Hey. Was gab's Neues in der Zeit? In welcher Zeit? Hey, Craig. Hi and welcome to the Let's Play Live Show. Oh, nice to see you here. And welcome to Limbo. Limbo. Uah. Uah. Höh. Uah. Timmy. Timmy, 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 Timmy. Oh. Bam. Fail. Was? Gerade was? Zweite ein Bildschirm gebunkert? Uah. Timmy, come on. Ne, ist nichts passiert bisher. Ich, äh, probiere immer noch hier mit. Timmy es zu schaffen. Ich glaube, ja, 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 ja. Nein. verdammt das kann doch nicht sein so schwer kann das doch nicht sein so jetzt aber arm ist es wir müssen aufpassen wir auch nicht von der loge irgendwie zerquetscht werden vielleicht jetzt doch ein red bull für timmy ich glaube ja zumindest irgendwas energy mäßiges nee das passt nicht das muss irgendwie aber auch genau getimt werden weil sonst funktioniert das nicht timing is everything ich muss schon weiter hochschieben ja Oh. 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 Alter Spiele. Hilfe. Help me. Guten Abend Nicky und willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, aber ich muss ja auch den Absprung schaffen. Ich muss ja auch irgendwie... Höh! Jetzt. Ja, weiter zurückziehen ist gut, aber da ist die Lore viel zu schnell. Oh, so close. Yes, so close. Damn it. Come on. Das reicht nicht. Das... Nein, das reicht nicht. Auf keinen Fall. No. Höh. Höh. Oh, komm. Was? Stell dich mal davor, bevor du hochklettern tust. Und dann? Ich glaube... Ne, ich glaube das. Nein, das reicht nicht. Da ist die viel zu schnell für. Hier. Der Wagen muss noch ein bisschen rollen. Ja. Boah. Ein bisschen nach hinten rollen wahrscheinlich. Wahrscheinlich während der nach hinten rollt, draufklettern. Ich glaube da muss noch mal ein bisschen rollen! Jetzt, komm, 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 komm! Timothy! Timothy! Oh! Yeah. Give me one moment in time. Ihr guckt, ne. Äh. Ähm. 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 Hilfe. Ich sehe nichts. Ich sehe... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Bitte jetzt nicht noch mal das mit dem Wagen, bitte. That's Flexi-Power, yes. My Power. Okay, also müssen wir vorher abspringen zu der Leiter. Go, 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 Timmy, go, Timmy, go, Timmy, go, Timmy, go, Timmy, go, Timmy, go. So, warten wir noch ein bisschen ab. Yes. Wow. Wow, no, 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 no. Oh, ich sehe nichts. Alter, ist... Wow, was? Wow. Danger, High Voltage. Toll. Zwei Bildschirme sind schon nice, auf jeden Fall. Das stimmt. Kann man sich echt glücklich schätzen, wenn man zwei Bildschirme hat. Hallo. So, ich würde sagen, jetzt wieder. So, job. Timmy. 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 Ich glaube, wir müssen erst... Boah, ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. I see nothing. I know nothing. I know... Ja, toll, die waren nur collectible. Toll. Ah, warte mal. So, jetzt aber. Nein! Oh, Alter, du bist so ein hirnloses Stück Scheiße. Das gibt es überhaupt nicht. Timmy, du Vogel. Alter, das ist so ein hohes Stück Scheiße manchmal, der Timmy. Das ist unglaublich. Wir haben 22 Uhr, ich darf das sagen. So. Verdammt, Mann. So. Come on, Timmy. Come on, Timmy. Come on, Timmy. So, das Collectible haben wir ja. Mich juckt schon wieder. Aber nicht da, wo ihr denkt. So. Okay. This box. Äh. Waaah. Hei, 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 hei. Es wäre schön, wenn es mal wieder heller werden würde. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be... Sunshine only breiter. Huh. Darf man da durchgehen? Was? Was? Alter, was ist das hier für eine Scheiße? Das sind Gewehre. Okay. Okay. Willst du das Secret Level dann auch noch machen? Ich weiß nicht, wo kommt denn das Secret Level? Muss man das irgendwie erreichen oder kommt das am Ende des Spiels? Scheiße. Fuck. Shit. Kollativieren wir durch die Gegend, ja. Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Kann das sein, dass wir es zerstören müssen mit dem anderen? Ja, Mann. Yes. Yes, 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 yes. Cool. Was? Spiel einmal durch, dann in Chapter 26 ist das Secret Level. Okay. Dann machen wir das. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level wir jetzt sind hier und wo wir sind. Ich traue hier gar keinem Boden mehr, bin ich ganz ehrlich. Was? Okay. Wee! Wee! Um... Mm-hmm. Mist, das funktioniert. Ich dachte, man könnte es draufschieben. Verdammt. Warte mal. Kann das sein, dass das auch... Das bleibt doch aktiv, ne? Toll. Ah, warte mal. Das kann natürlich sein, dass wir es so machen müssen. Aha. Jawohl. Gute Nacht, ihr Lieben. Ja, mach's gut. RW 1209 WE. Vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist. Werde müde, was? Ha, scheiße, was? Achso, nee, Quatsch. Ach, nee. Jetzt habe ich mich verlesen. Entschuldigung. Achso. Nee, geht noch keiner. Jetzt sind wir wieder hier? Wo müssen wir denn hin? Ist man da oben auch auf vielleicht? Ah, Moment. Moment. Ich glaube, ich weiß wie. Dazu müssen wir aber mal gucken, dass wir irgendwie die... Ah, okay. Alles klar. Prost zusammen. So. Hallo. Geht da hoch. Okay. Hm. Ich glaube, wir müssen die Kisten auf jeden Fall da oben hochbekommen. Die Frage ist natürlich jetzt, wie. Und da hinten im Hintergrund ist auch noch so ein Rat, ne? Vielleicht mit Schwung. Dass wir es mit Schwung machen müssen vielleicht, mit der Kiste. Dass sie vielleicht so viel Schwung bekommt, dass sie da rüber rutscht. Kann das sein? Schauen wir mal. Aber ich glaube nicht. Nein. Das wäre zu einfach. Hallo. Hui. Hm. 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 Los, Timmy. Los. Nein, die Kiste rutscht immer wieder runter. Verdammt. Oder müssen wir die irgendwie damit blockieren, mit der anderen Kiste? War hier noch was? Nein, ne? Verdammt. Wie funktioniert denn das? Hm. Also die haben wir auf jeden Fall schon mal oben. Müssen auf jeden Fall den Schalter betätigen. So. Wie weit geht denn die Kiste? Ach, bis da. Ah, okay. Hm. Ah, warte mal. Vielleicht reicht ja schon die eine Kiste für oben. Dass wir die Kiste einfach nur für den Schalter brauchen. Weißt du? Dass wir einfach nur jetzt so schnell wie möglich nach oben klettern müssen. Um die andere Kiste raufzuholen. Das kann natürlich sein. Ja. Wenn sie nicht so weit weg stehen würde. Scheiße. Damn. So. Ich glaube. Ich glaube so wäre glaube ich richtig. Ja. Aber ich glaube das kommt vom Timing kommt das auch hin. Also auf ein neues. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Schau dir mal die Wanze an. Wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Das habe ich früher in der Schule immer gesungen. Schrecklich, dass ich das noch im Kopf habe. Höh. Äh. Okay. Das reicht aber nicht. Ich glaube nicht, oder? Nein. Und jetzt? Ah, Moment. Na klar. Dasselbe spiele ich hier noch einmal. Nur halt, dass wir auf der Kiste stehen müssen, glaube ich. Bisschen das Köpfchen anstrengen, lieber Flexi. Ich habe da nur ein bisschen. Los Timing, los, 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 los. Oh nein, ey. Oh nein, jetzt sind beide Kisten wiederholt. Oh nee, komm. Fuck ey, ich glaube das nicht. Wie war denn das jetzt nochmal gewesen? Verdammt, damn it. Das kann sich nur um Stunden handeln. Höh. So, jetzt aber. So. Also die Lösung haben wir auf jeden Fall schon mal gefunden. Also wir wissen schon mal, wie es geht. Nur in der Umsetzung hapert es noch ein bisschen. Aber ich denke mal, dass wir das, dass wir das hinkriegen. So. Also. Let's try. Again. Ach, wir sollten vielleicht erstmal die Leiter von oben holen. Verdammt. Ja, 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 ja. Wir haben ganz vergessen, die Leiter von oben runter zu holen. So. Also nochmal neu. I need the leather. I need the leather. La, 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 la. Timmy. So. Ist auch sehr ruhig gehalten, das Spiel, wie gesagt. Das ist keine Musik. Nur generell halt Soundeffekte. Yay. So. Dann wollen wir mal. So. So, und willkommen zur Let's Play Live-Show. Alle neuen Zuschauer. Jeden Freitag, Samstag, 20 Uhr. Nein, 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 nein. Jawohl, Timmy. Hol die Kiste. Hol die Scheißkiste. Hol die Scheißkiste. So, jetzt mal gucken, dass wir hier an der Umsetzung nicht japanen. Sofort abspringen, sobald das Ding in hoch geht. Boah, wenn wir jetzt sterben, ne? Alter Schwede. Nein, nein, nein. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Boah, drück die Däumchen, dass es klappt. Oh, Alter, Gott sei Dank. Boah. Yeah. Challenge accepted. Ähm. Juhu. Juhu. Ah. Dankeschön. Ich weiß zwar nicht, wofür ich die Kiste brauche, aber besser ist. Huh. Ah, okay. Cool. Oh, oh. Schnell, 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 schnell. Wow. Okay. Ich nehme die Kiste mal mit, vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Ähm. Ah, okay, verstehe. Oder? Ne, Quatsch, ich verstehe gar nicht. Ah, ich glaube, die Kiste brauchen wir unten so wie als auch oben. Aber wieso, äh, wie soll denn das funktionieren? Ich bin so müde. Ja, aber wie kommen wir denn... Okay. Ein Spiel ohne wildes, äh, und sinnloses Geballerei ist auch mal schön. Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich mag solche Spiele vor allen Dingen sowieso. Sehr, sehr gerne. Gehen wir mal hier lang. Vielleicht ist hier noch was. Noch eine weitere Kiste oder so. La, 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 la. Und collectible, oder? Ne, doch nicht. Oder? Was ist denn hier? Okay. La, 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 la. Ist ein bisschen verwirrend, ne? So jetzt auf den Kopf laufen zu... Also ihr, ähm, euer Fernseher ist kaputt, ne? Ihr müsst jetzt quasi euren Fernseher einmal so um 180 Grad einmal drehen, damit das Bild wieder gerade ist, ja? Es ist, euer Fernseher ist jetzt kaputt. So. Ich frage mich, wie wir das hinbekommen. Okay. Also irgendwie mit der Kiste müssen wir das irgendwie versuchen, glaube ich, aber... Ich bin mir noch nicht sicher, wie. Da stehst du doch auf den Kopf. Nein. Ich kann mein Bild auch drehen. Warte mal, hä? Ich schnall das noch nicht so ganz. War unten noch irgendwie was anderes? Ich geh nochmal kurz runter. Na, 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 na. Äh, okay. Ich geh wieder nach oben. Also müssen wir mit der Kiste versuchen, weiterzukommen. Die Frage ist nur, wie. Ui! Weil so einfach... Oder können wir einfach hier weitergehen? Ich glaube nicht, ne, oder? Nein. Das wäre auch einfach... Wieder mal Timing muss schnell sein. Ja, ich frage mich nun gerade, wie. Wo ich die Kiste hin positionieren muss. Ich schnall's gerade irgendwie noch nicht. Ui! 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 Wattmeiner ist brandneu, Flexi. Was, deiner ist brandneu? Okay. Ja, dann sollst du auf jeden Fall den Fernseher mal drehen. Guten Abend, Hexe. Willkommen zur Let's Play Live Show. Du hast heute auf jeden Fall deinen Einsatz verpasst. Du bist raus. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, ich hab heute den Wattebart getragen. Hast du verpasst. Wird aber, denke ich mal, als Special kommen auf YouTube. Kannst du dann da nochmal angucken. Ich bin irgendwie aufgeschmissen, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie. Was heißt denn hier? Timing ist alles. Warte mal. Weil wir können ja hier nur das Ding aktivieren. Wie sollen wir denn da so schnell rüberkommen? Du brauchst vermeintlich noch eine Kiste. Ja, aber woher? Woher soll ich die nehmen? Na, 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 na. Das schaffe ich nie im Leben. Höh! Oder doch. Ist hier noch eine Kiste irgendwo? Kiste? Kiste? Ah, Moment. Da oben hätten wir wahrscheinlich raufspringen können mit der Kiste, oder? Kann das sein? Ja, das war ja sehr, das war ja sehr intelligent. Schön Headshot. Das ist die Stelle mit dem Aufzug, ja. So, warte mal. Jetzt probieren wir mal aus. Die Kiste... Alter, ich hab irgendwas im Auge. Aua. Alter. Hallo. So, da oben hängt eine Kiste. So, warte mal. Die können wir abschießen lassen, die Kiste. So, dann nehmen wir die mal mit. Vielleicht ist da drüben noch irgendwas. Das war knapp. Oh, Alter. Ja, du musst mit der Kiste auf den Aufzug, damit der Laser dich nicht trifft, ja. Ah, vielen lieben Dank für die Tipps. Ja. Und jetzt? Wie soll ich, äh... Ah, warte mal. Natürlich. Jetzt leuchtet's mir auch ein. Jetzt macht's Sinn. Jetzt macht's alles Sinn. So. Anna ist nun raus. Muss, äh, früh raus. Noch mal einen schönen Abend euch. Ja, mach's gut, Anna. Vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist. Schlaf gut. Und für alle anderen, willkommen zur Let's Play Live Show jeden Freitag, Samstag, 20 Uhr. Ah, jetzt macht's auch Sinn mit der Kiste und mit dem Umdrehen. Ja, natürlich. So. Hup. Deswegen spawnt die Kiste oder kommt die Kiste auch auf der Seite hoch. Natürlich. Ja. Bye, bye, Anna. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. So, machen wir mal kurz eine Folgenpause hier. Für eventuell YouTube, weiß ich noch nicht. Mal gucken.